Wie ich mir das vorgestellt hatte, hatte das dann nicht sehr viel zu tun. Das hat natürlich insgesamt auch mit der Mentalität vieler Top-Führungskräfte zu tun, dass die eigentlich gar nicht an sich den Anspruch haben, dass sie ein Bild von der Organisation in ihrer vertikalen Durchsteuerung haben. Dass sie gar nicht denken, sie müssten das wissen. Dazu haben sie ja ihr Mittelmanagement. Sie haben aber noch nicht mal ein vernünftiges Bild davon, welches Bild das Mittelmanagement haben muss, damit es das richtig steuert. Und von daher auch kein eigenes Bild, wie sie die Leute steuern müssen, dass sie die Organisation richtig steuern. Sondern da gibt es irgendwie so eine Mentalität, so eine Senatoren-Launch-Mentalität. Wir hocken beieinander, wir verkünden, was geschehen soll. Es wäre Licht und damit es Licht wird, dafür sind dann meine nachfolgende Management-Ebene zuständig. Die werden ja teuer bezahlt. Deswegen verbieten wir uns jede Rückfrage. Ich finde, und im Coaching ist es ja auch ganz offensichtlich, dass man die Fragen der Gestaltung der horizontalen Kooperationsbeziehungen und deren Optimierung nicht trennen kann von der Gestaltung der vertikalen Führungsbeziehungen. Und dass, wenn man das Ganze optimieren will, erstens man wechselseitig voneinander wissen sollte, also Dialog, auch dass man, wenn man nicht direkt miteinander zu tun hat, man komplementär aufeinander bezogen handeln kann. Ihr erinnert euch an das Verantwortungskonzept. Verantwortung in Bezug auf ist ja nur möglich, wenn ihr überhaupt eine Vorstellung habt, was die Fragestellungen und die Weltbilder der anderen sind. Und dass von daher eigentlich Teamarbeit ohne der Fokus Team ohne der Fokus Führung nicht allzu viel Sinn macht. Aber ihr stimmt mir wahrscheinlich zu, dass das heute auch im Bildungswesen zwei verschiedene Hauptthemen sind. Team und Führung. Und ich weiß jetzt nicht, die, die Führung spezialisiert sind, wie sehr die dann automatisch Team halt mit reinnehmen. oder die, die mit Team arbeiten, kann automatisch die Führungsfragen mit reinnehmen. Ich finde aber, man sollte es auch programmatisch eigentlich zusammen auf den Bildschirm bringen. Auch, um ein Stück was dazu beizutragen, die Mentalität der horizontalen und der vertikalen Verantwortlichkeit, dass die auch zunehmend zusammen als integrierte Verantwortung begriffen wird in den Organisationen. Und dafür haben wir uns dieses Schaubild ausgedacht. Das heißt, die Arbeit mit einem Mitarbeiter in diesem Gefüge, der ist ja meist untergebener und Führungskraft gleichzeitig auf der Ebene, auf der wir arbeiten. Aber er ist gleichzeitig horizontaler Kooperationspartner in allen möglichen Dimensionen je nach Fokus, also je nach Leistung und Verantwortung, von der wir es gerade haben. Und das ist jetzt der einfachste geordnete Fall. Heute ist es ja oft so, dass verschiedene auch vertikale wie horizontale Ebenen zusammenfließen, weil Projekte sich neu konfigurieren und viele Dinge dann auch ganz unklar sind. Man wird die auch nie voll durchklären können auf der Ebene bewusst methodisch. Aber man muss an Beispielen immer wieder miteinander reden, dass eine unbewusste Abstraktion bei den Beteiligten in ihr unbewusst intuitives Selbstverständnis und Verständnis der anderen einfließt, aus dem heraus dann doch relativ komplementäres Handeln erwächst, auch wenn das an der Oberfläche gar nicht durchformuliert und strukturiert ist. Da kommen wir dann nachher nochmal drauf. Das ist generell eben mein Bild, dass außer einer gewissen Grobrahmensetzung, zumindest in Großorganisationen heute, die Dinge auch gar nicht mehr durchbuchstabiert werden können. Das heißt, wir müssen auf solche Abstimmungsprozesse an Beispielen, die bei uns intuitive, komplementäres Leistungs- und Kulturhandeln erzeugen und dort, wo es erkennbar nicht gut läuft, darüber wieder zusammensitzen, um am Durchdiskutieren dessen dann wieder alle neu einzunorten. Das ist der einzige Weg, über den wir heute eine gewisse Chance haben, Großorganisationen zu steuern. Aber das ist halt was anderes als die Idee, dass wir sich ohnehin nicht durchorganisieren, also macht irgendwie jeder, was er will. Und wir retten uns in einer Vorstellung, dass wir über Renditevorgaben eine Großorganisation und dessen Integration sichern könnten. Ich glaube nicht, dass das geht. Jetzt haben wir auch ein Ökonomie-Problem. In dem Augenblick, wo wir das ernst nehmen, sagen die immer, ja, aber wir können doch nicht alle 300 Leute, die an jedem Prozess sitzen, immer eine Teamentwicklung zusammenholen. Zum Teil hilft man sich mit Großgruppenveranstaltungen. Für bestimmte Zwecke halte ich das für richtig, dass alle an einem Event so beteiligt sind, dass sie ein Gefühl dafür haben. Ich finde aber, dass auch da wieder oft eine Ressourcenverschwendung stattfindet. Ich glaube, dass gute exemplarische Veranstaltungen, von denen es Anteilnahmemöglichkeiten, zum Beispiel über eine CD oder über Download oder über ein Video auf YouTube, wo die wenigen Relevanten ernsthaft miteinander reden und andere das mitkriegen können und sich auf diese Weise aufladen können, vielleicht effektiver als diese Großveranstaltungen, die dann sehr viele eigene Inszenierungsgesichtspunkte haben, sehr oft auch diesen Show- und Stimmungsaufputsch-Charakter haben und die vielen Feintöne, die dann wichtig sind in der täglichen Steuerung, nicht unbedingt bedienen. Also da mögen andere Menschen andere Präferenzen haben. Ich habe ja gesagt, ich bin ja ein Intensitätsverminderer. Diese aufgeputschten Großveranstaltungen sind nicht mein Ding. Da gibt es ja auf YouTube oder wo von dem Microsoft-Kund, da kommt einer auf die Bühne und schreit, tobt rum wie ein Irrer und sagt, I have four words for you. I love this company. Und dann waren alle high. Also das muss irgendwie... Bitte? Ja, offenbar doch. Ich meine, es hat auch Effekte und es schafft Stimmung. Da bin ich dann doch immer so ein bisschen eher ein Feinmechaniker. Ich habe gern lieber was Kleines. Aber ich gebe zu, das ist natürlich aus der Vorliebe eines Intensitätsverminderer herausgeboren, der gern ein bisschen Ordentlichkeit und Feinsinnigkeit hat und meint, dass das sich multiplizieren kann und dass das auch gut wäre. Egal wie, man muss überlegen, ob man statt diesen Großevents dann nicht dann zwar die große Perspektive einfängt, aber ein kleines Event macht. und dazu habe ich dieses Schaubild mal gemacht. Ich habe den Begriff vertikale Teamentwicklung dazu gewählt. Denkt dran, Teams sind die, die gemeinsam Verantwortung tragen und gemeinsam an der Leistung sind. In dem Fall gibt es eben auch ein vertikales Team, genauso wie es ein horizontales Team gibt. Und da ist es eben, natürlich kann man da nicht immer alles zusammenholen, weil das ein unnötiges Großevent wird und weil jeder Mensch auch sehr viel Aufmerksamkeitsverbrauch hat, einfach weil er da ist. Es ist gar nicht einfach, das so zu machen, dass dann auch wirklich Arbeit dabei herauskommt. Und deswegen kann man sehr wohl fokusspezifisch aus der horizontale Perspektive wie aus der vertikalen Perspektive die zusammenholen, die man für eine bestimmte Fragestellung braucht. Und das hat jetzt wieder mit dem Teamgedanken zu tun. Und da habe ich im roten Buch ein Beispiel drin, das ich kurz erläutern möchte. links seht ihr eine Bank, eine klassische. Die unterste Ebene sind bisher Wertpapierberater, darüber sind die Filialleiter. Und das war in der Zeit noch, in der dann die Renditen von 5% nicht mehr genug waren, sondern Herr Ackermann sagte, eine ordentliche Bank macht 20% Rendite. Also mussten die irgendwie die Werthaltigkeit ihrer Arbeit aufpeppen. Und die hatten die Idee, sie müssen, die bisherigen Wertpapierberater müssen umfassende Vermögensberater und Verwalter werden. Dieses Know-how hatte man aber in den vielen Jahren nicht an Bord. Deswegen hat man eine kleine Vermögensberatungsgesellschaft dazu gekauft. Das ist rechts. Der bisherige Eigentümer war der V1, der sich dann kaufen ließ. Und seine Mitarbeiter V2 bis VN waren erfahrene Vermögensberater, die damit auch am Markt erfolgreich gewesen waren. Und man wollte durch den Reinkauf die eigene Leistungsfähigkeit erhöhen. Hat das Ganze natürlich in die Struktur der Bank integriert, die eben eine Matrixstruktur hatte. Der G1 drüber ist dann der Geschäftsbereichsleiter. und daneben gibt es eben die Filialleitungs-Hierarchie. Dann hat man die in ein Haus zusammengetan. Hat gesagt, berätet euch mal in der Hoffnung, dass die Vermögensberater den bisherigen Wertpapierberatern auf diese Weise beibringen, wie das Geschäft läuft. So eine Art kollegiale Mentoring-Beziehung, um man auf diese Weise die Kompetenz und den Leistungsbereich Vermögensberatung in dieser Bank aufbauen kann. Was man nicht getan hat, zu klären, welche Rolle dabei die Filialleiter haben. Man hat denen nur gesagt, da sind jetzt welche, die machen was miteinander. Und hat denen gesagt, macht was miteinander. Und dann hat man mal ein halbes Jahr abgewartet. Und in einem Fall sagen wir der V2 zusammen mit dem W2, das hat geklappt. W2 hat in der Zeit die Vermögensverwaltung gelernt. Bei denen hat es irgendwie geflutscht. Das ging. Aber W1 und W3 und andere, die machen immer noch, was sie immer gemacht haben. Und V3 macht auch, was er immer gemacht hat, nämlich Vermögensverwaltung. Er macht das gut. Aber der Befruchtungseffekt ist nicht eingetreten. Und lange geht es irgendwie und irgendwann wird das Thema und G1 tobt, weil er ja dafür zuständig ist und von seinen Kollegen gefragt wird, was ist eigentlich jetzt? Ist da jetzt was draus geworden oder nicht? Und sagt, es liegt daran, dass die Wertpapierberater, die Alten, halt völlig unfähig zu sowas sind und die muss man rausschmeißen und neue einkaufen, damit man das Geschäft aufbauen kann. Und an der Stelle kommt dann der Berater rein und sagt, ja wissen Sie überhaupt, was darüber, was notwendig gewesen wäre, dass es klappt oder warum es nicht klappt beziehungsweise dort, wo es klappt, warum es da geklappt hat und warum man das nicht dorthin übertragen kann, wo es nicht geklappt hat. Also Frage nach der Lernfähigkeit einer Organisation und dem fiel dabei auf, dass er darüber gar nichts wusstet und dass ihm das noch nicht mal ein Thema war bisher. Er hat doch mit den Zielvereinbarungsgesprächen seine Führungsaufgabe voll erfüllt. Ja und dann haben wir eben gesagt, okay, dann machen wir doch mal eine vertikale Teamentwicklung mit dem Zweck Lernende Organisation. Lass uns zunächst mal überhaupt herausfinden, wer welche Verantwortung in dem Prozess wahrgenommen hat oder welche Vorstellung es überhaupt gibt, welche Verantwortung wahrzunehmen gewesen wäre, warum dort, wo es geklappt hat, es geklappt hat und warum es dort, wo es nicht geklappt hat, es nicht geklappt hat und ob möglich ist, daraus zu lernen oder durch Neukonstruktion der Architektur, des Zusammenspiels und der Verantwortung dieser Sache zum Klappen gebracht werden kann und dass man nicht einfach sagt, es ist eine persönliche Inkompetenz der Wertpapierberater, die es halt nicht gelernt haben und den muss man jetzt rausschmeißen. Also ja, primitivste Schlussfolgerung über persönliche Kompetenz, wenn das gesamte Umfeld überhaupt nicht geeignet ist, diese Kompetenz angemessen zu fördern. Und dass da aber nicht alle Leute auf den Plan kommen, haben wir gesagt, machen wir Folgendes, der Geschäftsbereichsleiter, der darüber offenbar gar nichts weiß und darin bisher auch gar nicht seine Verantwortung gesehen hat, der muss mit auf die Bühne, es muss der Leiter, der Vermögensberater, der sich zu diesem Zweck hat einkaufen lassen, mit auf die Bühne, damit wir mal erfahren, welche Rolle der eigentlich spielt. Dann nehmen wir von den Vermögensverwürden Beratern einen von denen, der sein Know-how erfolgreich weitergegeben hat und einen von denen, der sein Know-how nicht erfolgreich weitergegeben hat. Und wir nehmen zwei Filialleiter, weil da irgendwie auch sicher geklärt werden muss, was das mit der Leitung der Filiale und das Zusammenspiel in der Filiale zu tun hat. und wir nehmen den Einwertpapier-Berater, der jetzt eigentlich zum Vermögensberater geworden ist und wir nehmen zwei, die eigentlich weitermachen, was sie immer gemacht haben und dann sind das nur acht Personen und dann hat man einen übersichtlichen Kreis, mit dem man dann gut arbeiten kann und haben dann mit denen weitergearbeitet. Das Projekt, das Beispiel selbst will ich jetzt gar nicht entfalten, ich will nur aufzeigen, dass wenn man nicht in Organisationsentwicklung allgemein oder in Qualifizierung allgemein oder in Teamberatung allgemein denkt, sondern sehr fokusspezifisch im Rahmen dieser Definition denkt, dass man dann auch sehr spezifische Maßnahmen ansetzen kann. Und das ist, ich es zu unserer Aufgabe rechne, dass wir da sehr intelligente Vorschläge machen und nicht einfach, wenn einer anruft, sagt, ja ist in Ordnung, rufen Sie das Team zusammen, wir machen mal einen Termin und dann sehen wir dann schon. Funktioniert immer noch gut, wird man meist keinen Widerspruch erfahren, aber gibt Probleme. So, das war zum Thema Team. Setzt euch eine Viertelstunde zusammen, jetzt vielleicht mit zwei anderen, also tauscht ein bisschen und erzählt euch mal, was das in euch ausgelesen hat, welche Filme bei euch abgelaufen sind, welches Verhältnis ihr zu diesen Konzepten habt, dort wo ihr sie auch schon benutzt habt oder unter anderem Namen ähnliches ohnehin entwickelt habt, wo ihr die Parallelen seht, wie ihr euch da andocken könnt. Viertelstunde. Also die nächste Dreiviertelstunde oder so, die gilt jetzt mehr der Perspektive für die, die eigentlich an Architekturen von Bildung und Instituten und Wissenschaft und Professionalitätsentwicklung und Didaktik interessiert sind. Das ist jetzt nichts, was ich einem Organisationspraktiker oder jemand, der halt als Berater einfach arbeiten möchte und sich nicht interessiert, wie die ganzen Metaperspektiven dazu aussehen, zumuten möchte. In der Metapher gesprochen, dem Obstbauer, der einfach seine Bäume anpflanzen will und der gute Frucht haben möchte, den interessiert jetzt nicht unbedingt neue Überlegungen zu der Art des Baumzuschnitts. Und ich bin aber so jemand, der sich einfach immer auch gerne überlegt, wie müssen die die Metaperspektiven, die Mindsets und die Gesinnungen sein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die unser konkretes Handeln, unser Kulturverständnis prägen, dass wir das oft auch gar nicht so einfach mitkriegen. Ich hoffe, dass wir es auch am Beispiel der Konzeptpolitik und der Strategien, die sich bei unserem Institut ja aus der Arbeit heraus entwickelt haben, dass das deutlich werden kann. Und für diejenigen, die sagen, okay, das ist nicht unbedingt meine Handlungs- und Orientierungsebene, ist es ja auch völlig in Ordnung, in Trance zu verfallen und an einem der weiteren Themen in Ruhe weiterzuarbeiten, aber nicht wieder schnarchen. Das ist ein kleines Saubild aus dem Programm, weil ich das daraus geboren ist, dass ich ja, ich wollte ja mal eigentlich Hochschuldidaktiker werden, ich habe ja über ein hochschuldidaktisches Programm promoviert, ich wäre eigentlich auch gern Hochschullehrer geworden, wenn ich nicht als bunter Hund nirgends reingepasst hätte, ich habe nicht in keine Fakultät so richtig reingepasst und wenn ich nicht auf Kriegsfuß gestanden wäre mit dem, was die meisten dort unter Wissenschaftlichkeit verstehen. Und ich habe mich oft genug dann so ein bisschen in die ich bin halt Praktikerecke rausgeredet und nicht ernst genommen, dass ich mich eigentlich sehr wohl als wissenschaftlich denkenden Menschen verstehe, aber ein anderes Verständnis von Wissenschaftlichkeit, was zurzeit an den meisten Hochschulen vorherrschend ist und jetzt bin ich ja im Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule, also ich bin doch zurückgekehrt, um auch mit den Institutionen diese Diskussion aufzunehmen, was eigentlich eine angemessene Wissenschaftlichkeit ist und nicht zu sagen, okay, dann lass die machen und wir machen unser eigenes Ding, wir brauchen die ja gar nicht. Das ist eine Verschwendung von gesellschaftlichen Ressourcen und da finde ich, dass wir auf Augenhöhe aus der Perspektive der Praxis und aus der Perspektive eines Professionalitätsverständnisses in den Dialog mit den Anforderungen an Wissenschaft und mit deren Anforderungen an uns gehen sollten. Im DBVC, in dem ich ja tätig bin, bemühen wir uns darum auch sehr, indem wir ja eben dieses Führ-Säulen-Konzept haben, wo wir eben auch die Wissenschaftler, die sich mit Coaching-Themen beschäftigen, in den Dialog reinziehen, aber auch nicht nur als Feigenblatt, auch wir sind akademisch, sondern mit denen auch eine kritische Diskussion gehen, was für unzählige Diplom-Arbeiten ständig zu dem Thema Coaching gibt, von Leuten betreut, die offenbar überhaupt keine Ahnung haben, und dass wir gesagt haben, wir unterstützen nur noch Diplom-Arbeiten, wo vorher das Diplom-Arbeits-Design bei einer Wissenschaftlerkommission des DBVC eingereicht wird, dass sie draufgucken, ob das überhaupt ein sinnvolles Vorhaben ist, sonst unterstützen wir das nicht mehr. Wir haben oft das Problem, dass wir die armen Studenten dann ohrfeigen müssen, die ja nichts dafür können, dass sie von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, weil sie ja denken, ihr Professor weiß schon, worum es geht, und er weiß es halt oft auch überhaupt nicht. Und da müssen wir uns auch wirklich wechselseitig in einen Verantwortungsdialog nehmen. Und deswegen habe ich das so beschrieben, dass wir uns eben in diesem Spannungsfeld zwischen Praxis, also dem konkreten Handeln vor Ort, der Professionalität, der Entwicklung eines Selbstverständnisses als Professionelle und unserer Profession, beziehungsweise der vielen neuen Professionen, die sich entwickeln, bewegen und unseres Verständnisses von Wissenschaft. Zu Professionalität mache ich heute Nachmittag noch ganz viel und dazu werde ich auch wiederum die geleitete Fantasie machen, weil das sicher auch jeden irgendwie interessiert, das eigene Verständnis. Und damit ich die Definition, was Wissenschaft ist, nicht anderen überlasse, habe ich mir selbst eine ausgedacht. Wissenschaft ist ein systematisiertes Verfahren, um Erfahrungen zu gewinnen und um Erfahrungen auszuwerten. Also das eine ist das Empirische, das Auswerten und das andere ist das Experimentelle, Erfahrungen zu gewinnen, das ja die typischen Bereiche auch der wissenschaftlichen Betätigung sind. Und wichtig daran ist, dass es ein systematisiertes Verfahren ist, also nicht von Eindruck zu Eindruck irgendwie, wie, sondern dass man sich schon ein bisschen darüber verständigt, wie man miteinander Erfahrungen generiert oder wie man Erfahrungen miteinander auswertet. In der Wissenschaft gibt es natürlich da auch die Diskussion zwischen den klassischen Empirikern und den heuristischen Verfahren, den statistischen Verfahren, heuristischen Verfahren. Die meiste Wissenschaft, zumindest die empirische Wissenschaft, ist ja immer noch sehr geprägt von der Vorstellung, wissenschaftlich ist nur was wiederholbar ist und in der Wiederholbarkeit immer die gleichen Ergebnisse gibt. Allerdings hat schon ein Herr Müller, ich weiß nicht mal, wie er mit Vornamen heißt, schon vor 20 Jahren habe ich einen Vortrag gehört, darauf hingewiesen, das ist nett, trifft aber nur für die Minderheit der Ereignisse auf unserem Planeten zu, dass sie wiederholbar sind. Die wichtigsten Ereignisse wiederholen sich eben nicht. Und deswegen brauchen, das heißt aber nicht, dass wir uns mit denen nicht wissenschaftlich denkend auseinandersetzen können. Also wir brauchen da irgendwie auch andere Verfahren, um auch mit den einmaligen, mit den besonderen und situativen Ereignissen systematisch umzugehen. Da könnte man sicher sehr ausführlich diskutieren, das kann ich jetzt im Moment nicht machen, ich will nur zeigen, dass ich versuche da ein Stück Flagge zu zeigen und dass wir auch da in einen Verantwortungsdialog gehen sollten, weil ich meine, dass die Hochschulen da auch wirklich mehr Beitrag leisten können. Da wird dann oft Cedar Modio geschrien, jetzt sollen wir funktionalisiert werden, es geht nur noch um die pragmatische Verwertbarkeit, wo bleibt die Freiheit der Wissenschaft. Aber sehr oft ist das ein Wortgeblubber, das einfach eigentlich sagt, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig und Effizienz spielt keine Rolle. Modelle, also diese ganzen Konzepte hier oder Methoden, Vorgehensweise, wie zum Beispiel Spiegelungsgruppe, Designübungen, all das, was wir da regelmäßig machen, was ihr ja auch macht, sind für mich Werkzeuge und die dürfen nie einen Eigenwert kriegen, sondern die sind für mich immer Denk- oder Handlungswerkzeuge und müssen sich eben so ganz pragmatische Fragen gefallen lassen, nämlich was leistet das Werkzeug, ist es flexibel und doch spezifisch verwendbar, wie gut ist es mit anderen Werkzeugen und Entwicklungen kombinierbar, welchen weiteren Ressourceneinsatz, welchen weiteren Ressourcen verbraucht sein Einsatz, also die Lateralverbräuche, die damit verbunden sind und ich finde auch immer wichtig, braucht es dauerhaft Spezialisten oder ist es integrierbar, also ich bevorzuge Denk- und Methoden, Werkzeuge, die einerseits auf ein gewissen gutes Niveau haben, die aber andererseits im Rahmen der Evangelisierung den Menschen in die Hand gegeben werden können, die sie verstehen, deren Konstruktionsprinzipien sie verstehen und mit denen sie selbst als Werkzeugmacher weitergehen können und wo sie nicht abhängig werden von Spezialisten, wie wir das im Saatgutbereich haben, wo dann immer mehr Menschen eigentlich ihrer Kompetenz und Verantwortlichkeit enteignet werden, indem man sie mit Verfahren versorgt, zu denen man immer einen Priester braucht. Und um eben da auch wenn wir uns aus den Wissenschaftlichen bedienen, da haben wir auf der einen Seite Psychologie, dann haben wir eine Soziologie, dann haben wir die Sozialpsychologie, die sich mit Kleingruppierungen beschäftigt, dann haben wir die Soziologie, die sich mit großen Gruppierungen beschäftigt und Politikwissenschaften, die sich mit den ganz großen sozialen Einheiten befasst, die haben, entbieten uns aber Modelle und Verfahren, die zueinander nicht kompatibel sind, die sind ineinander nicht übersetzbar. Ich brauche also für jede Aggregationsebene brauche ich eigentlich andere Verfahren und andere Denkweisen, das ist eine Aufblähung, die völlig unökonomisch ist. Deswegen legen wir Wert darauf, dass wir solche Konzepte machen, die sinnvolle Fragen formulieren für den Einzelnen, für die innere Organisation des Einzelnen, für die Gruppe und die Organisation einer Gruppe und für die ganze Gesellschaft. Und dass dieselben Fragen auf jeder dieser Ebene zueinander passend formuliert werden können, sodass man auch das, was im Einzelnen geschieht, auf die Gruppe übertragen, was kann und auf die Gesellschaft, sodass das Puppe in der Puppe ist, dass man nicht für jedes einzelne Phänomen ein eigenes Werkzeug braucht und am Ende gar keine Vorstellung hat, wie diese Dinge, die Phänomene und die Werkzeuge eigentlich zusammenpassen und wir dieser Zerflettertheit unserer Konzeptlandschaften dann noch weiter dienen. Also da muss einfach die Nutzbarkeit bei der Modelle auf diesen verschiedenen Aggregationsebenen gegeben sein. Ich möchte ein Beispiel machen mit einer sehr einfachen Unterscheidung. Das kommt ja nachher noch. Wir lieben es ja Konzepte, die zwei, drei oder vier Gesichtspunkte haben. Und das ist ein Konzept, das einfach nur zwei Gesichtspunkte hat, nämlich die Unterscheidung zwischen Integration und Integrität. Integration ist ein Begriff, den ich dafür gefunden habe, für die Fähigkeit, die Dinge beieinander zu halten. Also sodass die Organisation nicht aus dem Ruder läuft, sodass wir alles in einer Zeit, in einem Raum mit den vorhandenen Energien auch irgendwie zueinander passend organisieren können. Das ist die Frage der Integration. Und Integrität, das ist ein Begriff, den ich dafür gewählt habe, für stimmt es. Also wenn wir es zusammen kriegen, ist es auch passend für die Zeit, für die beteiligten Menschen, für die Absicht, die man damit verfolgt. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn einer ein Problem hat, hat er ein Problem, weil es für ihn nicht stimmt, oder hat er ein Problem, weil es zwar stimmen würde, er es aber nicht auf die Reihe kriegt. Das ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht, der zum Beispiel im Coaching in unterschiedliche Beratungsrichtungen führen wird. Das will ich jetzt nicht ausführlich darstellen, diese verschiedenen Dimensionen, das ist, wie wir nachher sehen werden, das sind jetzt natürlich Konzepte, die sehr kernprägnant sind. Also wenn ich es erkläre, kriegt man ein Gefühl dafür, was gemeint ist und kann es auch wirklich gut unterscheiden. Aber fragt mich bitte nicht, definiere mal das ganz genau. Weil wenn es genau definiert wird, bleibt dann nichts mehr davon übrig. Ich verwende das jetzt als Beispiel dafür zu sagen, das ist eine Denkweise, die interessant ist für das Individuum. Wie organisiere ich mich? Kriege ich die Dinge zusammen organisiert? Oder haben die nicht Hand und Fuß, weil ich mir zu viel vornehme oder weil ich die Dinge zu verstreut organisiere, weil ich sie nicht ineinander verschachtle, dass die einzelnen Elemente vielfacher nutzen und Anschlussfähigkeit haben, sondern das additiv nebeneinander kriege und dadurch mein Leben einfach zu klein wird, um das darin zu organisieren. Und wenn ich da nicht gut drauf bin, muss ich einfach lernen, mich besser zu organisieren. Also dann muss ich Richtung Integration dazulernen. Es gibt Menschen, die kriegen alles ganz prima auf die Reihe und trotzdem stimmt das für sie nicht oder der Output ist auch nicht gut überzeugt. Andere auch nicht, da fehlt es nämlich an Psychologie. Also das gefühlsmäßige Bewertung sagt mir, alles okay, aber langweilig. Und es gibt ja Kollegen oder Schüler, die ihr habt, die haben ihr Köfferchen, mit dem sie zum Marketing gehen, vollgepackt, alles bestens organisiert, kommen dorthin und kommen trotzdem ohne Auftrag zurück. Weil der andere merkt, es ist alles an seinem Platz, aber es ist nichts drin, was wirklich interessant ist. Und da gibt es andere, die gehen zum Kunden, wo der Kunde das Gefühl hat, genau das wäre es, aber mit so einem Chaoten kann ich nicht zusammenarbeiten. Kommt leider auch ohne Auftrag zurück. Oder die Organisation neigt zum Chaotentum oder ist besonders ordentlich und denkt, das wäre jetzt Lebendigkeit, wird dann bald eines Besseren belehrt werden. Dann gibt es interessante Dynamiken. Diese Fragestellung kann ich natürlich ganz genauso auf ein Team anwenden. Wenn ein Team organisiert ist, sind die so organisiert, dass die Dinge richtig ineinander greifen, stimmen die Rollen, stimmen die Instrumente, stimmt das Timing, stimmt die Führung oder ist alles so verstreut organisiert, dass es eigentlich schon deswegen das Team nichts recht zustande bringt, weil es einfach zu chaotisch ist, zu ungefügt zueinander. Oder ist das Team wohl organisiert, aber es hat keinen Spirit. Also es gibt keine klares, gemeinsames oder nach außen spürbares Identity dieses Teams, die bei anderen ankommt und eine Kulturvorstellung weckt, die sagt, ja das ist es, da ist Substanz drin, das wollen wir haben, mit so einer Kultur wollen wir uns einlassen, wie das Produkt dann genau aussehen wird, können wir dann später entscheiden. Und ähnliche Überlegungen kann man eben auch auf ein ganzes Unternehmen, auf einen Konzern anbinden. Es gibt Konzerne, die eigentlich gute Ideen und Produkte haben und die daran scheitern, dass sie sich so organisiert haben, dass sie es nicht mehr zusammenhalten können. Es desintegriert völlig. Und da ist die Frage, wie kann man es besser integrieren. Und es gibt Konzerne, bei denen flutscht alles, aber der Daseinsgrund überzeugt die Menschen im Konzern nicht und überzeugt die Kunden auch nicht mehr, weil sie merken, das ist nicht die Art von Welt, in der wir leben wollen, das ist nicht die Art von gesellschaftlicher Leistung, mit der wir uns identifizieren wollen. Und heute, die Werbung zeigt es ja überall, dass heute die materiellen Produkte oft nicht die entscheidenden sind, sondern was für ein Lebensverständnis, was für ein Lebensgefühl, was für eine Identitätswünsche ein Produkt verkörpert. Und eben nicht nur das Produkt, sondern auch die Organisation, die für das Produkt steht, beziehungsweise auch die Menschen, die man erlebt, die sich rund um eine solche Organisation finden, in der Organisation und um die Organisation herum finden. Also insofern ist es immer auch eine Kulturfrage, wer zusammen wirtschaftet. Und auch da gibt die Unterscheidung, wenn es ein Problem gibt, sind das vorwiegend Integritätsprobleme oder sind es Integrationsprobleme? Oder wenn es beides ist, wie kann man es unterscheiden und was kann man für das eine tun und was kann man für das andere tun? Und für die gesamte Gesellschaft, globale Prozesse und Ähnliches, kann man eine gleiche Unterscheidung anwenden. Ich wollte jetzt nicht groß über Integration, Integrität reden, sondern es sollte ein Beispiel dafür sein, dass wir versuchen, von den vielen möglichen Konzepten solche zu wählen, die man auf jeder dieser Arbeitsebenen in gleicher Weise zu guten Fragen führt und die Antworten dann auch aneinander ankuppelbar sind. Also eine gute Antwort für das Individuum passt in gute Antworten für ein Team, passt in gute Antworten für eine Organisation und passt hoffentlich auch in gute Antworten für gesellschaftliche Lösungen. Und wir können uns schlicht nicht leisten, eine solche babylonische Verwirrung der Ebenen und Sprachen zu haben, wo am Ende keiner mehr weiß, sind wir eigentlich beieinander oder nicht, weil wir es sprachlich noch nicht mal auf die Reihe kriegen. Mir ist immer ganz wichtig, diesen beispielhaften Ansatz klar zu machen, dass Konzepte immer Beispiele sind für Denkinstrumente. Wir versuchen nie aus Konzepten Wahrheiten oder gar Dokument zu machen. Und das Gleiche gilt für Methoden. Also ich merke es ja, wenn ich zum Beispiel die Arbeit mit den sinnstiftenden Hintergrundbildern lehre, da habe ich jetzt, damit man überhaupt mal ein Rezept hat, ein ganz bestimmtes Interviewverfahren mit bestimmten Schritten und Arbeits- und Kommunikationsfiguren mal zusammengestellt und veröffentlicht. Und seither wäre ich immer fast ängstlich gefragt, könnte man dann vielleicht mal die Frage weglassen und eine andere Frage stellen wenn. Und da merke ich, wie groß die Verselbstständigung ist von beispielhaften Arbeitsfiguren, die ich halt jetzt mal als Beispiele hingeschrieben habe, die niemals als vorschriften gedacht waren, die schon gedacht waren, dass sich jemanden mit diesem Beispiel auseinandersetzt, um zu verstehen, warum ich in dem Fall es so gemacht habe, also um die Logik dahinter zu verstehen, damit aus der Logik heraus, wenn die Situation anders ist, natürlich auch ein anderes Denk- oder Vorgehensinstrument selbstständig entwickelt werden kann, sodass alle Werkzeugmacher bleiben und nicht einfach nur Verwender von Werkzeugen, ohne eigentlich recht zu verstehen, was die Logik dieser Werkzeuge ist. Und die werden sich dauernd wandeln müssen, diese Werkzeuge. Von daher haben wir uns ja schon früher als Institut positioniert, dass wir jetzt nicht einen Instrumenten Koffer liefern, die die Leute bei uns lernen können. Sondern wir wollen, dass die Leute immer wieder neu auf der Suche bleiben, was für eine Situation haben wir. Aus den vielen Erklärungsmöglichkeiten, jetzt sind wir wieder beim Steuerungstraik, auf welche Wirklichkeitsebene wollen wir uns im Moment fokussieren, wie wollen wir dort die Fragestellung beschreiben, aus welcher Rolle heraus tun wir das, welches Vorgehen, welche Vorgehensweisen kennen wir und wie können wir die abwandeln, für diese Situation oder ganz neue erfinden, die dann aufgeschrieben werden und ins Methodenrepertoire der Zukunft dann eingehen. Das muss ja ständig erneuert werden, das kann ja nicht einfach nur fortgeschrieben werden. Ich war früher, von daher bin ich, und das sieht man ja in dem, was wir heute tun, auch insofern ein Didaktiker geworden, dass ich sage, wir schreiben diese Dinge alle auf, wie eine Kochrezeptsammlung. Nicht, dass ich meine, so müsste man kochen, aber dass, wenn jemand nicht sehr erfahren ist, selber Kochrezepte erfinden, dass er mal Rezepte hat, an denen er verstehen kann, wie es gemeint ist, und die ihm in der Lage versetzen, schon mal was auf den Tisch zu bringen, aber ihn gleichzeitig in die Lage zu versetzen, dass wenn die Zutaten oder die Zubereitungsarten, die in den Rezepten vorgesehenen, nicht zur Verfügung stehen, dass er weiß, was mit gemeint ist und selbst andere Zutaten, die im Prinzip das Gleiche machen oder andere Zubereitungsarten, die das Gleiche die gleiche Wirkung haben, für sich ausdenken können und um unter völlig neuen Bedingungen dann wieder neu handlungsfähig zu werden und nicht zu sagen, ich kann nichts machen, ich habe keine Zitrone und ich habe keine Sahne, deswegen kann ich dieses Rezept nicht machen, sondern zu sagen, okay, es geht um, geht es wirklich um Säuerung, was ist jetzt die Funktion, warum soll da Zitrone rein und dann kann es vielleicht auch einen Schuss Essig tun und wenn ich keine Sahne habe, könnte es vielleicht auch ein Löffelchen Marmelade sein, wenn es nicht um die Aufhellung, sondern um die Balance in den Geschmäckern Richtung Süß geht, also Sie verstehen, worum es sich dreht und können von daher jeweils aus all dem, was halt da ist, die Dinge neu fügen, das ist unten die Sache mit dem Kochrezept. Ich komme gleich auf Moses und Aaron, habe ihn nicht vergessen, von daher dient wie immer bei uns, ich sage immer eine Hand für dich, eine Hand für das Schiff oder eine Hand für die Herstellung im Moment eines Essens und eine Hand dafür bei der Gelegenheit mehr zu verstehen, was die Logik von Kochen ist in den verschiedenen Dimensionen, sodass wir immer neben dem horizontalen Effekt einer Bemühung den vertikalen Effekt haben, das heißt die Qualifizierung für andere Situationen, die wir heute nicht kennen. Das gilt für die Individuen wie für die Organisation. Kommt dann später noch ein Schaubild, dass das auch ökonomisch plausibel machen sollte für die Menschen, die sagen, ich will aber 100% jetzt für das Rezept, weil jetzt am Ende werde ich daran gemessen, ob am Ende des Vierteljahres wie viel Essen ich ausgegeben habe und nicht wie gut meine Leute bei der Gelegenheit kochen sondern unter allen Umständen gelernt haben. Obwohl die Umstände sich vielleicht demnächst so ändern werden, dass es gut gewesen wäre, sie hätten das gelernt. Von daher, ich war, weil ich selbst so ein Erfindertyp bin und eigentlich am liebsten mir jedes Mal was Neues ausdenke, was ein bisschen nervig für euch wäre, weil dann noch sehr viel mehr rumhängen würde, habe ich doch, dadurch, dass ich nicht nur persönlich das gelehrt habe, sondern wir einen ganzen Lehrtrainerstab mittlerweile haben, dass wir einen gemeinsamen Konzeptkanon haben, das Ganze dann doch so didaktisiert, dass wir den Leuten dann auch nach einem Probekuchen das Stück Kochbuch mit in Hand geben können, mit dem sie dann vor Ort, ohne schon alle Logik verstanden zu haben, weiter experimentieren können, weil sie einfach Anleitungen haben. Und das ist das, was Aaron vertreten hat, nämlich, dass das Volk auf dem Weg durch die Wüste doch mit einem abstrakten Gott, für den Moses war, nachdem er suchte, ich bin, der ich bin, man darf sich kein Bildnis machen, das Volk hat sich dann doch sehr alleingelassen und verloren gefühlt, zumal der Moses dann ja auf diesen Berg stieg und 14 Tage nicht gesehen war, die wussten ja nicht, ob der Bart noch lebt und sie kamen aus einer Tradition, wo ein Gott eben ein Medaillon oder eine kleine Figur war, also eine sehr vergegenständigte Vorstellung eines Götzen und sie brauchten schon irgendeine Bebilderung, dass sie irgendwo hin wussten, wo sie ihre Sehnsüchte, ihre erforschenden Fragen, ihre Wünsche nach Segnung richten sollten und dieser sehr abstrakte Gott, für den ich im Zweifel dann immer noch am meisten stehe, der war ihnen nicht geheuer, auf der anderen Seite die Gefahr des Götzendienstes, ich halte das momentane Abbild für die Sache selbst und dann wird das schematisch, dogmatisch und die Leute werden verdummt mit etwas, was zunächst aber ihnen eine Beruhigung liefert, aber gleichzeitig werden sie damit amputiert und dann kommt der Moses runter und sie tanzen um das goldene Kalb, die haben das nicht ausgehalten, ohne sich einen Götzen zu bilden, auf Gottessuche zu bleiben, der war dann ziemlich brutal, hat die meisten davon ausgerottet, also ein solcher Moses möchte ich nicht sein. Ich denke, eine gute Didaktik versucht, beides miteinander zu kombinieren, einerseits immer wieder Bilder zu liefern, auf die wir uns beziehen können, um schon mal mit dem Hören in gutem Kontakt zu sein, sie aber so zu liefern, dass die Leute darin nicht das Ende der Suche sehen, sondern nur eine Zwischenstufe und dass sie lebendig und auf der Suche und in der Entwicklung bleiben, um damit das Anliegen von Moses, dass nämlich eine Gottessuche stattfindet und nicht eine Beendigung der Suche, weil man glaubt, Gott gefunden zu haben, weil man ein Zwischenabbild davon gefunden hat und die Sache dann seelenlos und Tod und entwicklungsfeindlich wird. Also das hat mich immer sehr beschäftigt, dieser Zwist zwischen Moses und Aaron, ich denke, beide gehören zu den Hausgöttern unseres Instituts. Und von daher vertreten sie eben auch den Bereich einer guten rituellen Gewohnheit, wo man eben auch, wie das Stefanski sagt, ohne selbst unbedingt in allem ganz zu Hause zu sein, doch Gast in fremden Zelten sein kann, also sich anschließen kann an einen guten methodischen und konzeptuellen Gebrauch, an dem viele Leute schon was Gutes kristallisiert haben. Und auf der anderen Seite aber die Berechtigung und auch die Lust und die Kompetenz, wenn das nicht mehr passt, das loszulassen und was Neues zu entwickeln, also die Kreativität. Beides, diese Mischung brauchen wir. Und es ist auch eine Überforderung, immer kreativ zu sein und zu allem Einzellösung zu haben. Es ist auch in Ordnung, auf Gewohnheiten zurückzugreifen, nur eben wach dafür zu sein, dass wenn die nicht passen, dass man dann darüber hinausgeht und sich von ihnen lösen kann und nicht die Wirklichkeit passend macht zur Gewohnheit, sondern die Gewohnheit entwickelt, damit sie zur neuen Wirklichkeit passt. In dem Berufsbereich, in dem ich bin, und das gilt für die meisten für euch auch, natürlich kann man solche Gedanken nicht ohne weiteres für Grundlagen Fortschritt im Bereich der Quantenoptik übertragen, aber für uns gilt doch immer das duale Prinzip, also das Zusammenspiel zwischen Lebensbewältigung und Arbeitsbewältigung, gesellschaftlicher Gestaltung und Lernen, also sich auseinandersetzen mit Themen, mit Hintergründen, mit Konzepten, aber es muss immer im Wechselspiel meandern, sich aneinander messen und bewähren, das ist ein wichtiges Gütekriterium für uns, Gott sei Dank bewegt sich die Bildungslandschaft, wenn ihr wollt, kann ich euch morgen darüber noch einen kleinen unterhaltsamen Vortrag halten, eine kleine Sittengeschichte von der Urhorte bis in die Zukunft zum Thema Bildung, habe ich am Mittwochabend mir ausgedacht für ein Treffen der Bildungsfachleute des Verbands Deutscher Anlagen Bauer. Das ist ganz frisch aus der Werkstatt, wenn ihr wollt, kann ich euch das morgen mal erzählen. Also dieses Meandern, heute ist es so, dass sich eben vieles an Bildung und an Reflexion völlig abgelist hat von der Zentrierung um Handeln der Menschen, um Persönlichkeiten, um Gemeinschaften, um Übersetzung in besseres Leben und besseres Handeln und dieses Wechselspiel brauchen wir und jetzt haben wir ja die Berufsakademien, also die offizielle Bildungspolitik besinnt sich wieder darauf, dass dieser Zusammenhang hergestellt werden muss, was nicht heißt, dass die Bildungseinrichtung statt humanistisch zu sein, künftig die Sklave der Verwertungsinteressen der Industrie sind. Solche Entartung mag es auch geben, aber das ist kein Grund, nicht den dualen Gedanken sehr ernst zu nehmen. Von daher, von der Didaktik, bei unserem Baustein machen wir das ja regelmäßig so, dass wir das deduktive Lernen und das induktive Lernen voneinander unterscheiden, also die Teile im Curriculum, wo wir sagen, wir stellen jetzt mal ein Konzept vor, aus dem wir zeigen, wie man das Konzept in die Praxis umsetzt und wir können jetzt mal an Beispielen üben, wie das gehen könnte, damit man das Konzept versteht und das ist dann für alle, egal was im Moment deren Anliegen und Interessen sind, das ist das was als Lehrprogramm